Mannheim gegen Forbes Ein bisschen Trust dabei Ein bisschen Faustkampf Flache gegen Andy Renz, denke ich Und er muss da ganz schön einstecken Liga Rekordspieler Nicht die Flache bekommen Sondern die Feste Geht nach Punkten klar An den Mannheimer Dieser Faustkampf Schauen wir nochmal drauf Da gibt es den Check von hinten Aber die 14 ist raus Von Forbes Und dann Flache und Renz Und die beiden bekommen nur 2 plus 2 Finde ich in Ordnung Da ist es hier keine Spieltage Weil ich sicher bin, dass da noch 10 Minuten kommen Weil die muss es für das Ausziehen der Handschuhe geben So und dann Gab es nicht viel zu holen für Andy Renz Flache ist hinausgegangen Vielleicht dachte er, dass er eine große Strafe kassiert 2 plus 2 Übertriebene Hälfte Wollen wir es jetzt nicht dramatisieren 10 Minuten vor Schluss So Jetzt kommt der Triumphzug Das Peter Flache Fuschauer steht auf 1 1 1 2 1 4 5 6 7 7 9 8 9 8 9